äh Lama halt doch die finden hier noch eine Lama dann sind wir echt aufm Eis ja ich sehs gehen wir hier oben auf diese riesen Spitze ja ja oh na fuck die gehen da gar nicht hin oh shit oder ne doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht ja naja ich glaub ja der tanzt der eine einer ist One Shot der andere campt hier unten noch irgendwo ich bin jetzt hier mal aufm Vorsprung der andere campt hier unten direkt bei mir ja hey ich treff den nicht der ist zum geschütz nice ey ich werd noch von irgendwo anders abgeschossen hä? hä wo ist sein Partner? ab und wo? das ist sein Partner der dich da abschießt oh den hab ich eigentlich nicht aus den Augen verloren ne sein Partner ist hier bei mir hä? der B ist ja da hingekommen der hat den schon wie schnell holt der den? oder meiner ist One Shot ja wo laufen die denn? ich war ganz halt schritt ich sehe die denn bei mir oder direkt unter mir? Ja, ich... Ab ein Ab beide Alter, der eine hat einen Shack, den brauche ich aber jetzt auch ganz dringend, Alter 3 Leben habe ich Er hat glaube ich da auch keine Sniper, er hat keine Pinnert um sich geschossen Ich glaube der hat Desert Eagle oder so Nee, der hat mit einem Sturmgewehr um sich geschossen Ja, mein Revolver macht nur 39er Hits leider Aber ich habe den einmal getroffen Lass ihn ja ran, ich glaube der ist alleine Weil ich sie nirgends nur einen T-Man Das lieber nicht riskieren, Digga, der fliegt uns gleich weg Der ist da nicht mehr, hä? Hä? Da unten bei Baum Komm ab 36er Was? Da sind voll viele, guck mal da Da sind zwei Leute Ja, ja, ich hab's gesehen Ja, lass dann auch jetzt los Jetzt rechts neben uns ist niemand mehr Ja, ich muss mit einer Schockwellengranate Nein, deine Olga Ich nehme noch Lootrope mir kurz Ja Schockwellen nochmal Ach, du bist das Alter, ich hab mich richtig erschrocken Eieieiei Die laufen da vorne Ja, jetzt werden wir wieder von allen Seiten gefickt Oh, von wo? Hier kommen noch Materialien, sehe ich gerade Norden Norden hocken welche, Westen, überall Ja Geh du sonst schonmal los, ich komm gleich nach und dann kann ich gucken, wo welche sind, die schießen wir schon gleich auf dich Ja Oder auch nicht Lass hier irgendwo einbauen Ich hab gar kein Material, pass auf, da rechts hockt direkt einer, wenn du da hoch gehst Also Da gehen welche hoch gerade Jo, chill Nein, ich hab neulich geschossen One-Shot Komm schonmal an den einen, müssen wir eigentlich holen Der ist anders One-Shot Pass auf, wir müssen wieder zurück hier gleich, ne Wegen der Zone Hab einen Roboter hat Materialien Ich geh schon los, ne Jo, jo Das ist bei mir so ein bisschen krank Ey, fuck, alter Fuck, wo werd ich angeschossen? Da hocken welche Ja, links und rechts werd ich angeschossen, ich kann nichts machen Links, rechts und hinter mir auf dem Berg Oh nice, nice Alter, die sind so geil, die Schockwellengranaten, ne Ja Fuck Fuck Oh nice, nice Geh schonmal in Zone, geh schonmal in Zone Oh fuck Oh fuck Fuck Fuck, nächste Zone ist ja auch schon wieder da Jürgen, was macht der mit mir? Oh fuck Oh fuck Oh fuck Nice Dude Fuck Ja Nice Fuck 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 Fuck